Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Mit diesem Kanal möchte ich darüber aufklären, wie Callcenter-Betrug abläuft. Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen, um Abzockversuche zu verhindern. Es gibt unzählige Callcenter, die mit den hinterlässigsten Tricks an euer Geld wollen. Gerade ältere Menschen, die oft allein sind und sich freuen, mal wieder mit jemandem quatschen zu können, sind davon betroffen. Allerdings breiten sich die Maschen der Betrüger in alle Richtungen aus und auch immer mehr jüngere Menschen werden nun auch zum Ziel. Aktuell gibt es unfassbar viele Anrufer von unseriösen Trading-Seiten, bei denen man meist 250 Euro einzahlt, um dann sein Geld nie wiederzusehen. Passt auf euch auf und lasst euch nicht abzocken. Stellt mir gerne eure Fragen und Video-Vorschläge in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Vielen Dank, dass du dich für meinen Kanal interessierst und ich freue mich auf eure Nachrichten. Vielen Dank.